Kurz vor Weihnachten haben wir hier in Bulgarien mit einheimischen Christen einige Päckchen von Weihnachten im Schuhkarton an Kinder verteilt, die oftmals noch nie in ihrem Leben irgendetwas geschenkt bekommen haben. Und genauso wie die Aktion im deutschsprachigen Raum vom ehrenamtlichen Engagement lebt, sind es auch hier hunderte ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich dafür engagieren, dass Kinder neue Hoffnung und Perspektive erfahren. Deswegen lade ich Sie ein, spenden Sie für Weihnachten im Schuhkarton, damit nächstes Jahr noch mehr Kinder beschenkt werden können und so ein Weihnachtsfest erleben, was sie niemals in ihrem Leben vergessen werden.